Ich weiß nicht genau wieso, aber heute bin ich relativ stark verwirrt und ihr müsst eben dafür den Kopf hinhalten. Und das hat auch folgenden Grund, denn gerade mit diesem Video möchte ich wieder den Start einleiten, um zurückzukommen zu den eigentlich ursprünglichen Kopfhörertests, die ich anfangs gemacht habe. Das heißt eben ein wenig weniger strukturiert, ein wenig chaotischer, vielleicht ein wenig verwirrender, aber das macht mir einfach so viel mehr Spaß und da musste ich einfach wieder zurück. Und nein, das sind nicht die Kopfhörer, die ich heute testen möchte, denn die Odyssey LCD 2C habe ich erst vor ein paar Stunden bekommen, bin aber schon sowas von hin und weg. Und das ist eben mit auch ein Grund, wieso ich wieder zurück will zum Kopfhörertesten und das eben zum Beispiel auch mit den Ameron Home von Biodynamic und den Sennheiser 660 S, die ich auch noch im Test habe, ist einfach der Grund dafür, dass der Test heute nicht ganz so detailliert wird. Wahrscheinlich nicht wirklich kürzer, das habe ich im Englischen schon so gemerkt, aber definitiv nicht so detailliert, da ich den AKG 550 Mark II und Mark III einfach nicht ganz den Respekt oder die Testphase gebührt habe, die sie verdient hätten. Ich habe sie definitiv genug getestet, aber eben nicht ganz so sehr und aus diesem Grund möchte ich auch den ganzen Fluff weglassen und eher auf die Hauptunterschiede eingehen und das hat auch schon mit dem Preis zu tun. Denn die Mark II gibt es zumindest bei Cyberport, wo ich sie jetzt bekomme, für 99 Euro. Der nächst günstigere Händler wäre dann 140 Euro. Ich habe von einigen Leuten gehört, die wären irgendwie refurbished oder sowas, kann ich nicht nachvollziehen. Zumindest ist nichts direkt beschrieben, wenn, dann habe ich sie übersehen. Das lasse ich jetzt mal außen vor. Die Mark III kosten dann 200 Euro und ich komme jetzt eigentlich schon direkt auf den Punkt. Bei einem so großen Preisunterschied, ob es jetzt 60 oder 100 Euro sind, sehe ich keinen Grund, zu den Mark III zu greifen. Eigentlich sogar eher zum Gegenteil. Ich würde sagen, es gibt nur Sinn, zu den Mark III zu greifen, wenn ihr das abnehmbare Kabel haben wollt. Denn klanglich und auch vom Komfort, muss ich sogar sagen, gefallen wäre die Mark II besser. Und das ist schon der verwirrende Teil, aber bevor es damit weitergeht, würde ich sagen, gucken wir uns erstmal die Kopfhörer selbst ein wenig an. Und ja, ihr seht wahrscheinlich schon eines. Die sind sich zum Verwechseln ähnlich, einfach weil nicht wirklich viel geändert wurde. Wie schon gesagt, bei der Mark II ist das Kabel fest. Und dann gibt es ein paar minimale Unterschiede, wie zum Beispiel der Farbe hier, was ihr wahrscheinlich im Video nicht mal sehen werdet, da aus irgendeinem Grund mit meinen Lichtern jetzt, die ich oben über der Kamera habe, alles lila aussieht. Das ist nicht in Wirklichkeit der Fall. Keine Ahnung. Aber es gibt ein paar kleine Unterschiede im Grauton. Das war es dann aber auch schon. Denn kabeltechnisch gesehen bekommt ihr natürlich den 6,35 mm Klinkenadapter wirklich schön integriert, denn der fällt so eigentlich gar nicht auf. Bei dem Mark II wirklich schön. Bei dem Mark III sieht das schon ein wenig unelegant aus. Also das sieht, wie ihr schon sehen könnt, nicht mehr ganz so wie ein Stück aus. Und auch hier seht ihr vielleicht den Farbunterschied ein wenig eher. Das Kabel sonst allerdings absolut gleich, abgesehen davon, dass ihr eben 3-Pin XLR habt bei dem Mark III. Das Kabel, es ist ein wenig dicker, was zwar gut ist und auch flexibler, aber ja, bemängeln kann ich da nichts. So, vom Design her, ja. Ja, kommen wir zum Punkt. Das Kopfband, sehr, sehr dünn gepolstert. Zwar sehr, sehr weich, aber das bringt nicht wirklich viel. Robust finde ich sie absolut. Also das knarzt nicht wirklich, ist alles relativ schön flexibel. Beide sind natürlich rotierbar. Da gibt es bei beiden keinen Unterschied. Die Rasterung, muss ich sagen, gefällt mir auch sehr gut. Denn diese ist zwar bei dem Mark II ein ganz klein wenig locker, aber immer noch sehr schön fest und auch knackig. Verstellt sich auch absolut nie von alleine. Also von daher, die ein wenig festere Rasterung bei den Mark III war nicht nötig, aber ich weiß es definitiv zu schätzen. Ansonsten, der Hauptunterschied, abgesehen vom Kabel, wären noch die Ohrpads. Denn die sind bei den Mark III ein ganz, ganz klein wenig softer als bei den Mark II. Wobei sie auch hier schon extrem soft sind. Ob das jetzt bequemer ist oder nicht, dazu komme ich noch später. Jetzt allerdings zu einem Punkt. Das ist ein bisschen was, womit ich ein Problem habe. Die riesen Ohrmuscheln. Denn jetzt mal verglichen mit dem Biodynamic Emeron Home oder auch eben so ziemlich jedem anderen Biodynamic. Ihr seht schon, die Ohrmuscheln selbst sind oder insgesamt zumindest bei den AKG sogar immer noch größer. Und der Ausschnitt selbst ist mir einfach leider zu klein. Denn bei den Emeron Home passt mein Ohr absolut problemlos innen rein. Und die sehen nicht mal so extrem groß aus. Aber hier kann ich einfach nicht ganz nachvollziehen, warum hier so viel Material, so viel Stoff drumherum ist. Und dann noch nicht mal der Ausschnitt groß genug. Denn ich muss einfach sagen, wenn ich sie mir jetzt aufsetze, bin ich einfach nicht hin und weg. Denn für mich ist das immer noch so ein bisschen On-Ear-Style. Und da komme ich einfach nicht 100% klar damit. Ja, super soft. Auch der Anpressdruck ist eigentlich ideal gewählt. Denn er wirkt nie zu straff oder irgendetwas. Was mir jetzt aufgefallen ist, das ist einer der wenigen Kopfhörer, der eben eine dünne Polsterung hat, wo ich allerdings dieses harte Metallband, das zwar flexibel ist, doch relativ stark spüre. Und jetzt zum Beispiel als komplettes Gegenteil, als Kontrast, die LCD 2 von Odyssey. Die haben gar nichts. Sie haben nur dieses dünne Lederband. Und ich habe keine Ahnung, wie genau deren Technik funktioniert. Denn das liegt direkt auf. Aber man spürt es nicht. Es fällt null auf. Die Kopfhörer, ja, schwerer. Natürlich auch klanglich und qualitativ. Komplett anderes Level. Aber ich verstehe nicht ganz den Komfort hier. Denn ich würde mal sagen so. Jeder, der auch in ihr Kopfhörer trägt und sie mag, wird hier kein Problem haben. Jeder, der auch sonst kein Problem hat damit, dass die Ohrmuscheln ein wenig auf euren Ohren auflegen, ist hier super. Denn dann habt ihr eben wahrscheinlich mit einen der komfortabelsten Kopfhörer überhaupt. Einfach da die Pads so unglaublich weich sind. Und auch der Anpressdruck super gewählt. Aber hätten sie jetzt, und das wäre das Einzige, das mit dem Kopfhörer selbst stört mich jetzt nicht mal so sehr, hätten sie nur die Ohrmuscheln in der Höhe ein wenig größer gemacht oder eben insgesamt den Durchmesser größer, dann wäre das so genial. Denn der Sitz ist top und alles andere. Aber ich persönlich, und das ist jetzt wenig verwirrend, kann mich einfach nicht ganz damit aufhören, auf längere Dauer. Denn deswegen habe ich auch einen Kurztest gemacht, habe sie meinem Bruder gegeben. Und der sagte, wow, super bequem. Ist auch der Fall. Die erste halbe Stunde fand ich das auch, wenn man sich daran gewöhnt eben, dass das Ohr eben oben oder unten anliegt. Nach einer Stunde oder so macht dieses, auch wenn super weiche drückende Ohrpolster, doch ein klein wenig Schmerzen. Und ich merke es eben nicht unbedingt Schmerzen, aber wenn ich sie abnehme, merke ich eine deutliche Erleichterung. Einer der Vorteile hat allerdings so viel Stoff drumherum. Die Isolierung ist wirklich ordentlich. Also ihr habt eine wirklich gute Isolierung nach außen. Wie schwer sind sie jetzt anzutreiben? Nicht wirklich. Also ihr könnt sie relativ leicht mit einer guten Soundkarte schon vernünftig antreiben. Natürlich ein Kopfhörer, Verstärker und Deck bringt nochmal eine Steigerung. Jetzt keine riesige, aber doch eine sichtbare. Aber sie sind relativ moderat. Also hier braucht ihr nicht wirklich allzu viel. So, jetzt kommen wir kurz zum Klang. Und wenn ich kurz sage, heißt das nicht wirklich was, aber zum Vergleich mit den Mark II und Mark III. Die Hauptunterschiede liegen im Bass und in den Höhen. Wobei ein kleiner Unterschied bei den Mitten ist auch da, aber ich beschreibe mal die MK III so. Minimal beim Bass, minimal weniger oder zumindest softere Höhen. Und hier kommt es jetzt wirklich auf euren eigenen Geschmack an. Ich persönlich liebe ja schrille, schon teilweise scharfe Höhen. Und deswegen gefällt mir einfach bei den Mark II, dass sie einfach mehr Höhen haben, diese einfach deutlich offener klingen. Und ja, in einem Blindtest wäre es mir möglich, zwischen beiden zu unterscheiden. Denn auch wenn sich beide charakteristisch extrem ähnlich sind, wenn ich eben einen Direktvergleich mache, höre ich einfach dieses ein wenig neutralere, ein wenig eben weniger gesoundetere bei den MK II, einfach weil die Höhen einfach weniger gefiltert sind und der Bass auch nicht unbedingt künstlich angehoben, wobei das hier bei den Mark III wirklich minimal ist. Je nachdem, falls ihr denn ein klein wenig mehr Mainstreamigeren Sound habt oder eben ein klein wenig softer, auf längere Dauer eben vielleicht wegen den Höhen nicht so aggressiv und den ein klein wenig angehobenen Bass, dann könnten die Mark III sogar besser sein. Also behalte das in meinem Kopf. Jetzt zum Sound selber muss ich einfach Folgendes sagen. Für ungefähr 100 Euro, refurbished oder nicht, ich habe keine Ahnung, muss ich sagen, machen sie echt einen guten Job. Also im Englischen war das Urteil wenig anders, weil dort eben 200 Dollar gefordert wurde anstatt 100 Euro. Für 100 Euro sieht meine Meinung einfach anders aus, denn für 100 Euro ist auch gerade sowas wie die Soundstage hier, die zwar ein wenig kleiner ist, da einfach geschlossen auf einem überdurchschnittlichen Niveau. Und hier sagt jetzt zum Beispiel einer in den Kommentaren in einem anderen Video, dass er findet, sie klingen wie eine Dose, sehr, sehr klein und verhalten. Und ich wollte jetzt nicht komplett ausschließen, dass seine vielleicht nicht beschädigt sind, denn auch so gering die Möglichkeit ist, ich habe das schon erlebt, ich habe vor kurzem erst ein Kopfhörer gehabt und hatte zufällig ein zweites Paar aus einem anderen Grund noch da und habe dann deutlich gehört, dass da ein Unterschied war. Und irgendwie merkte ich dann, ja, ein Paar war beschädigt, da war was mit den Höhen. Und hätte ich dieses zweite Paar nicht gehabt als Vergleich, damit ich weiß, dass etwas nicht in Ordnung ist, hätte ich einfach angenommen, dass die mit den kaputten Höhen der Klang war. Und das habe ich ihm auch so gesagt, also eventuell hatten seine was, oder es war mit seinem Abspielgerät irgendwas nicht ganz in Ordnung, denn ich kann das, was er gesehen hat, hier nicht feststellen. Der Klang, ja, okay, ich muss das zugeben, einfach aufgrund dessen, dass es ein geschlossener Kopfhörer ist, ist bei Weitem eben nicht so weit und offen. Und man merkt den Unterschied direkt, wenn man auch nur nach einem Lied zu einem Emeron Home, Sennheiser 660, der auch schon keine Riesenbühne hat, oder eben zu den LCD 2C wechselt, ein Riesenschritt nach vorne. Aber im 100-200-Euro-Bereich ist das absolut ein gutes Niveau. Und der Klang auch selbst, also natürlich, Bass geht jetzt nicht extrem tief runter, und der ist bei Weitem nicht so detailliert und strukturiert. Aber die ganze Balance, muss ich sagen, gerade bei den MK2, macht einen wirklich super Job in dieser Preisklasse. Denn ich fand die Höhen relativ schön klar, natürlich, es kann noch einmal hoch aufgelöster gehen und so weiter. Aber das dann eher im 300-Euro-Bereich. Und das ist das eben, was ich im Englischen gesagt habe. Ich sagte, wenn ihr schon bereit seid, 200, 230 Dollar zu zahlen, dann seid ihr eben schon sehr nah an einem Sennheiser HD 600, 650 und so weiter. Und das zeigt eben einfach schon, wenn ihr bereit seid, 200 Euro zu zahlen, ist euch guter Klang eben ein wenig Mehrwert als den meisten Leuten mit vielleicht 50, 60 Euro Kopfhörern. Und dann macht es eben durchaus Sinn, vielleicht nochmal 50% draufzulegen, weil ihr dann meiner Meinung nach einen doch großen Schritt macht. Denn diese hier mit 100 Euro, absolut eine Empfehlung, kann ich nicht anders sagen. Denn die Mitten, schöne klare Stimmen, auch die Höhen klar, auch bei der MK3. Und auch schöne, ausbalancierte Bässe auf einem halbwegs guten, neutralen Niveau. Also für 100 Euro, wüsste ich nicht, was hier dagegen spricht. Also mir persönlich, wie schon gesagt, ist das mit dem Komfort so eine Sache. Und da ich einfach ein wenig höher oder high-endigere Kopfhörer bevorzuge, kann ich diesen echt zu schätzen wissen. Bei 200 sieht es allerdings anders aus. Denn ich bin der Meinung, wenn ihr um die 100 Euro bleibt, dann ist das einer der besseren Kopfhörer. Aber ihr macht eben auch mit weniger Geld keinen wirklich großen Rückschritt. Das ist ja das Wichtige. Denn seid ihr im 200 Euro Bereich und ihr zahlt eben nochmal 100 Euro drauf, dann ist meiner Meinung nach der Unterschied doch signifikant, einfach in der Auflösung, in der Qualität des Klangs selber, wie zum Beispiel bei den HD600 oder bei den HD650. Also 100 Euro und drunter, ungefähr um den Level, da sind alle in etwa gleich. Also da könnt ihr euch für andere entscheiden, aber sie sind auf jeden Fall auf einem immer noch guten Niveau. Und es hat eben einen Grund, wieso dieser Kopfhörer so viele Prädikate erworben hat. Erworben heißt, als ob es gezahlt wurde, bekommen hat. Wobei ich jetzt noch kurz einen immer noch meiner Lieblings-Kopfhörer, gerade in der günstigeren Preislase, erwähnen will. Das wäre ein Yamaha MT5. Und ich weiß, damals im Test sagte ich noch, sehr, sehr neutral und eben audiophil und so weiter. Ja, meine Meinung hat sich eben aufgrund einfach mittlerweile mehr Erfahrung geändert. Ich sehe jetzt einfach doch, dass der Bass doch deutlich mainstreamiger ist, ist deutlich angehoben. Der Klang auch bei weitem nicht mehr so neutral, wie ich ihn damals noch nannte. Aber gerade mit den Mitten, relativ schön im Vordergrund stehen und mit dieser eigentlich, ich finde es relativ wohlbefühlten Soundstage, die nicht wirklich groß ist, hat mir der Klang dort immer noch so gut gefallen. Also gerade die Soundsignatur der MT5 finde ich immer noch top. Und für einen Kopfhörer, den ihr für um die 80 bis 100 Euro bekommen könnt, finde ich sie absolut immer super. Höre ich immer noch sehr gerne Musik. Die MK2 zum Vergleich sind einfach wenig natürlicher, offener, wenig weniger, sagen wir mal, fett oder gesoundet. Sie wirken klarer. Aber das kommt darauf an. Also ich denke mal, jeder, der eher dann in Richtung MK3 tendieren würde, einfach mit dem leicht erhöhten Bass und den kleineren, leicht schwächeren Mitten, der wird die MT5 eigentlich eher bevorzugen, wobei die MT5 ein wenig grellere Höhen haben. Das ist nicht so jedermanns Sache. Ich persönlich liebe die Höhen der MT5. Also 99 Euro. Eigentlich ja, ich sehe nichts, was dagegen spricht. Im Englischen sagte ich eher nein, weil sie dort bei 200 liegen. Aber bei 100 Euro macht ihr eigentlich nicht wirklich was falsch. Von der Verarbeitung her gut. Komfort, wie schon gesagt, ist so eine Sache, aber ein schöner, schöner Klang. Wenn ihr dann allerdings eben von 200 Euro ausgebt bei den MK3, sehe ich einfach keinen Grund. Sie sind mir persönlich klanglich ein wenig weniger lieb. Vom Komfort finde ich sie auch minimal schlechter, denn die weicheren Pads hier liegen irgendwie noch mehr auf den Ohren auf. Aber es ist definitiv ein minimaler Unterschied. Vielleicht 5% und das macht einfach den Unterschied nicht aus. Ja, Kabel ist wechselbar, aber wenn ihr von 99 Euro hier ausgeht, könntet ihr, wenn das Kabel heß, wenn ihr es nicht reparieren könnt, ein zweites Paar kaufen, ihr seid auf dem gleichen Preis. Und das ist so eine Sache. Ich weiß, der Test war wirr. Wird vielleicht bei den zukünftigen Kopfhörertests auch so sein. Denn ich muss sagen, so einfach frei von der Leber zu reden und meine Erlebnisse zu teilen, macht mir einfach so viel mehr Spaß. Und deswegen wird es wahrscheinlich auch wieder in Zukunft so werden. Wenn auch, vielleicht nicht mehr ganz so strukturiert. Aber ich denke mal, ihr habt alle Infos bekommen. Und wenn nicht, sind ja immer noch die Kommentare da. So, das war es. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Und ja, ich gehe jetzt zurück zu den LCD 2C. Wow, die klingen einfach so genial. Und ja, und dieses komische Klacken muss ich noch rausfinden, wodurch genau das passiert. Denn ich glaube, die haben ein bisschen was. Vielleicht durch den Transport, keine Ahnung. Und ich weiß, das hat nichts mehr mit dem eigentlichen Test zu tun. Von daher beenden wir die Sache. Ciao.